und herzlich willkommen zu der herr der ring in die schlachtung mittelerde mit mit die armee rohans bürzes ost fort aber wir reiten vor lange und dann was war das das eigentlich durch ganz gut ist die ostfolt steht unter dem schluss des dritten marschalls der mark sein land darf nicht in den schatten stürzen warum ist ist der babo oder wird ist der jaja babo besiegt alle truppen isengard anklang hier diesen gott ach du scheiße wir müssen alle kämpfen wenn isengard kommt ich weiß nicht was der für truppen hat da was ist wir müssen rasch handeln gandorf gandorf wir dürfen nicht zurück gandorf wieso ganz in der nähe da drüben oh nein gandorf geht zu früh ist gandorf so das ist der eigene trupp los weiter 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 ich darf isengard nicht zum opfer fahren man wir haben gandorf dabei gandorf 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 wir müssen weiter haltet die haben angegriffen tot allen feinden reiter der mark ich hab voll damage gekriegt rückzug die isengard kommt ich hab Angst bleib wachsam weil die wahrscheinlich mit einer riesen armee kommt wachsam die isengard wird uns das schmattern kommt leute der feind wird stärker ich weiß folgt mir folgt mir reiter der mark verteidigt dieses land ich muss auch auf die karte mal ein bisschen gucken nicht dass sie auch mal von unten oder so kommen das wäre nicht so gut vom Grunde wir werden angegriffen komm der schafft ja spießt ja auf ich weiß nicht wo die sind ah da sind noch mehr müssen wir von irgendwie von hier kommen wir dürfen nicht machen lasst uns jagen macht euch bereit ich verlege in die scheiß wagerlein so viel wir dürfen nicht wunderschönen zurück 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 verteidigt dieses Land los was schaffen wir kommen ihre mir lebe ich hab voll angst vor der isen garte ich könnte das gar nicht glauben nicht dass die roman so damn machen dann sind wir weg besonders wenn der weiß der zauber da noch dazu ist wer der uns der fieken ja wir haben nicht viel zeit hast du gehörten nur vier minuten noch wir haben das mal viel zeit man wir haben auch voll viel wieder verloren wir können die stallungen jetzt nicht untergehen wir können die stallungen wir dürfen nicht versagen kommt leute wir müssen kämpfen verwego kandalf level 6 der feind hält dies land besetzt Ach, da sind noch mehr Einheiten. Ich will nicht, dass Isengard kommt. Oder auch nicht. Isengard wird heftig. Isengard ist schlimm. Ich hab irgendwie Schiss vor Isengard. Okay, das hat wir geteilt. Mist. Oh, ich sag das doch klar. Los, kababam, da. Okay, geschafft. Bevor Isengard da ist. Aber wir haben ganz viele Einheiten verloren. Aber der Schatten wurde zurückgedrängt. Aber Gendelf ist der. 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 Aus Verhold. Oh, mein. Die mächtige Festung Helmsklamm ist die letzte Zuflucht der Rohirin. Wenn sie fällt, ist alles verloren. Das will ich eigentlich gar nicht in den Part starten noch. Helmsklamm. Gut. Ich würde mal sagen, das war ein sehr, 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 sehr kurzer Part. Ich würde mal sagen, Helmsklamm sehen wir im nächsten Part erst. Und ich würde mal sagen, ciao, ciao. Und ich würde mal sagen, es war ein sehr, 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 sehr. Untertitelung des ZDF, 2020